Willkommen bei diesem Anleitungsvideo zum Austauschen der Kapsel Ihres Coravin Wine Access Systems. Drücken Sie den Auslöser und achten Sie auf ein zischendes Geräusch, um zu überprüfen, ob Ihr Coravin System mit Argon gefüllt ist. Wenn Sie beim Drücken des Auslösers kein Geräusch hören, befindet sich in Ihrem Coravin System möglicherweise kein Gas mehr. Sie müssen die Kapsel austauschen. Schieben Sie für den einfachen Zugriff auf die schwarze Fassung mit der Kapsel die Klemme nach oben. Schrauben Sie die schwarze Kapselfassung vom Gerät. Wenn beim Abschrauben der Fassung Argon austritt, ist Ihre Nadel möglicherweise verstopft. Unter Entfernen von Nadelverstopfungen erhalten Sie weitere Hilfe. Entfernen Sie die leere Kapsel und platzieren Sie eine neue Coravin Kapsel in der Fassung. Schrauben Sie die Fassung schnell und fest wieder ans Gerät. Wenn die Fassung fest sitzt, drehen Sie sie um eine weitere halbe Umdrehung. Schieben Sie die Klemmvorrichtung nach unten, bis sie einrastet. Drücken Sie anschließend kurz den Auslöser, um etwas Gas auszulassen und das Coravin System zu testen. Ihr Coravin Wine Access System ist nun betriebsbereit. Zusätzliche Wartungstipps oder Anweisungen zur Problembehebung erhalten Sie vom Kundendienst.